Highway-Hypnose. So nennen das die Amis, wenn jemand auf einer lasergeraden Straße einpennt und sein Auto in den Graben setzt. Heute sind wir eine echte Risikogruppe für Highway-Hypnose. Oder besser gesagt, ich bin eine Risikogruppe, denn der Beifahrer schläft. Das hat er noch nie gemacht. In all den Jahren, auf all den Straßen, hat er niemals auch nur einen Moment die Augen zugemacht, während ich am Steuer saß. Als noch gedruckte Karten mit an Bord waren, hat er damit rumgenestelt und mit Bleistift kleine Notizen draufgekritzelt. Später dann, als die Rechner anfingen mitzureisen, starrte er entweder auf den Bildschirm in seinem Schoß oder aus dem Fenster. Er ist eben der perfekte Beifahrer. Dabei wirkte er niemals auch nur ansatzweise gelangweilt. Langeweile kennt er überhaupt nicht, dafür ist er viel zu sehr mit seinen Gedanken beschäftigt. Einfach so einpennen, das wäre allein schon deshalb tabu gewesen, weil es die Kumpelsolidarität untergraben hätte. Wenn einer wach bleiben muss, bleiben alle wach. Heute ist der Tag für die große Ausnahme gekommen. Nick schläft und ich muss die Monotonie alleine ertragen. Dabei könnte ich gerade jetzt einer dieser passiv-aggressiven Nerd-Diskussionen, die den Kreislauf in Schwung bringen, gut gebrauchen. Denn der Highway ist heute Morgen mal wieder extra gerade. Erst kamen noch ein paar Berge mit Haarnadelkurven und Ponderosa-Kiefern, deren Äste von oben über die Straße hingen. Das ging noch. Doch jetzt gleiten wir durchs Nirgendwo. Endlose Ebenen voll verbrannter Wüstengräser ziehen am Seitenfenster vorbei, obwohl wir laut Karte fast auf 2000 Meter rumgondeln. Warum wächst hier oben so wenig, obwohl wir fast in Kanada sind? Vielleicht schaffen es die Regenwolken vom Pazifik nicht über die Gipfel im Westen rüber. Das Letzte, was Nick noch hinkriegte, war, den GPS-Störsender zu überprüfen. Eingestöpselt hat er ihn schon gestern Abend, direkt nachdem wir die Kiste vom Parkplatz der Autovermietung runtergefahren haben. Wollten uns wieder abzocken, die Gangster. Mit irgendeiner Sonderversicherung. In den buntesten Farben malte uns der Typ am Schalter den größten anzunehmenden Unfall aus. Darin sind die echt ungeschlagen. Also, Sir, was wäre, wenn Sie mit einem unversicherten Tanklastzug aus Honduras zusammenstoßen, der dann führerlos in ein Atomkraftwerk reinrast? Was wäre dann? Dann, Sir, würden Sie sich sicher wünschen, die zwei Dollar pro Tag für die Zusatzversicherung bezahlt zu haben, oder? Erst nach ungefähr 15, now thanks, gab der Typ endlich auf und stellte die Gretchenfrage. Was für ein Auto darf es denn sein? Das ist immer ein trauriger Moment, seit die Automarke Oldsmobile vor ein paar Jahren dichtgemacht hat. Diese Karren waren immer eine gute Wahl. Zu unseren Traditionen gehört es nämlich, das absolut langweiligste Auto auf dem amerikanischen Kontinent zu mieten. Und Oldsmobile war, getreu dem Firmennamen, immer ganz vorne mit dabei. Die Choyd gibt's nicht mehr so richtig. Und Autos von Oldsmobile stehen nur noch im Museum. Also mussten wir einen Viertürer von Ford nehmen. Aber der ist auch okay. Selbst die Rennen ein Florida fänden den Wagen wahrscheinlich zu langweilig. Zehn Minuten, nachdem sich der Beifahrer davon überzeugt hatte, dass unsere Tarnkappe noch funktioniert, ist sein Kopf jedenfalls das erste Mal zur Seite gekippt. Einmal hat er es noch geschafft, sich aufzuraffen und halbherzig in Irvings Papieren zu stöbern. Aber nach weiteren fünf Minuten war er endgültig ausgezählt. Jetzt schnauft er mit sperrangelweit offenem Mund vor sich hin und sieht sehr unwürdig aus. Wie ein ausgebrannter Salaryman in der Tokio der U-Bahn. Wow, ist diese Straße gerade. Wie das Autobahnstück bei uns vor der Tür, das die Jungs von der Harthöhe so angelegt haben, dass man es im Verteidigungsfall auch als Landebahn benutzen kann. Schade, dass Nick pennt, denn darüber weiß er, wie über so viele Sachen, einiges. Er würde die ganze Geschichte des Autobahnprojekts abspulen und dabei natürlich 20 Mal die Fachabkürzungen NLP fallen lassen für Notlandepiste. Geht doch, er muss gar nicht wach sein. Ich kann seinen Part einfach selbst spielen. Schnurgerade ist das Stück, mit durchbetonierten Mittelstreifen, ohne Büsche oder so. Die Jungs von der Bundeswehr hätten nur schnell die Leitplanken rausreißen müssen und schon wäre die Landebahn für ihre Kampfjets bereit gewesen. Sogar an eine Ausbuchtung haben die Planer gedacht, um die Maschinen für den Raid over Moskau zu wenden. Wahnsinn. Das wäre natürlich der perfekte Moment, um unsere alten Diskussionen über den Kalten Krieg ein bisschen aufzuwärmen. Es gibt keine einfachen Antworten mehr, würde Nick lamentieren und danach sein völlig idiotisches Lobeslied auf die einfache Welt der 80er Jahre anstimmen, in der alles noch so schön eindeutig war. Im Westen die Guten, hinterm eisernen Vorhang die Bösen. Freiheit oder Sozialismus. Wenn er poetisch drauf wäre, würde er das Ganze noch mit seinem Lieblingsvergleich verzieren. Die Welt ist heute viel zu 3D geworden, genau wie die ganzen GUIs. Diese ganzen Schatten, Spiegelungen und reflektierten Lichter, die Tiefe suggerieren sollen. Kotz, da ziehe ich die Command Line auf jeden Fall vor. Dann wäre es meine Aufgabe querzuschießen, zum Beispiel mit einer Ketzerei wie Wow, das würde einschlagen. Usability ist was für Verlierer. Oder so ähnlich würde Nick zurückzischen und langsam, aber sicher richtig in Fahrt kommen. So ginge das Hickhack weiter, während die Meilen still und unbemerkt unter der Stoßstange verschwenden. Hey, es geht wirklich ganz gut ohne ihn. Ein bisschen hat er natürlich recht. War schon eine bequeme Sache, als es noch einen Feind gab, von dem man wusste, wo er stand. Im Osten halt. Obwohl die Russen natürlich nie so richtige Feinde waren, die man sofort hätte umbringen wollen. Sie haben eher die Rolle der Feinde gespielt, damit es im Lebensfilm einen Bösen gab, so pro forma. Sie brachten die Macht in Balance. Wenn sie echte Feinde gewesen wären, hätte man sie besiegen wollen. Und so richtig hatte da, glaube ich, keiner Lust zu. Das Ganze funktionierte eher wie im Game, das einen bösen Endgegner braucht, um die nötige Spannung aufzubauen. Niemand zockt Freundschaftsspiele. Und wenn überhaupt einer siegen würde, das stand für uns größenwahnsinnige Zwölfjährige fest, dann müsste es derjenige mit der besten Technologie sein. Der Sieg gebührte dem, der den geilsten Düsenjet mit Schubvektorsteuerung oder das U-Boot mit dem besten Magnethydrodynamischen Antrieb konstruieren konnte. Tja, wie bei Jagd auf Roter Oktober. Nur der wäre ein würdiger Feind. Daran, dass es hungrige Typen sein könnten, die mit einer Zwille in einem Erdloch sitzen, haben wir nicht gedacht. Alter, wir sind fast da! Nick röchelt weiter durch den weit geöffneten Mund. Alter, wir sind fast da! Wieder keine Reaktion. Ich zupfe so lange an seiner Schulter, bis er zusammenzuckt. Ein heiseres Sean kommt von rechts. Dann dreht sich der Beifahrer noch ein bisschen weiter auf seine Beifahrerseite und tut so, als würde er wieder einschlafen. In fünf Meilen müssten wir an der Kreuzung sein, wo die kleine Straße zu Vaters Höhle abzweigt. Ist natürlich nur eine Schätzung. Da der GPS-Störsender rund ums Auto alle Frequenzen blockiert, findet natürlich auch das Navi kein Signal mehr und wir müssen wieder Meilen auf dem Tacho zählen, um herauszukriegen, wo wir sind. So richtig geklappt, hat es mit der Nick-Emulation dann doch nicht. Seine Verschwörungsfolklore lässt sich nicht einfach so nachmachen. Und diese erratischen Einwürfe, die mit Halbsätzen beginnen wie Wusstest du eigentlich, dass der 6502-Prozessor, die kann das Hirn eines durchschnittlichen Anwenders halt nicht so ohne weiteres hervorzaubern. Also blieb nur, die Augenlider mit Gewalt am Runterfallen zu hindern und auf die sieben Segment-LEDs mit dem Meilenstand zu starren. You've come a long way, baby. Ziemlich wahr, Herr Fatboy Slim, der für uns immer der Bassist der Hausmartins bleiben wird. Er hat recht. Wir haben ein ganz schönes Stück Weg zurückgelegt. Am Anfang war der Grid und der Grid war bei John. Ein verdammt hartnäckiges Stück Magnesium, das nichts ausspucken wollte. Erst, als wir uns den Trick mit der Datenübertragung per Bildschirm ausdachten, redete er und verriet, wer sein Herrchen ist. Die Kiste bekam einen Namen, eine Seele. Plötzlich ging es nicht mehr darum, Daten zu migrieren, sondern das Erbe einer Legende anzutreten. Als nächstes der Trip in das Drecksloch Kuala Lumpur. Wir ziehen aus dem Müll ein echtes Dead Media Jewel, die Musikkassette mit dem Video drauf. Das Pixel Vision Tape verrät uns, dass es mehr gibt als nur den Grid, das Vater alles sorgfältig in seiner Höhle aufbewahrt. Kurze Pause in der Sackgasse. Doch dann der Befreiungsschlag. Ich spiele meine Kernkompetenz aus, Nicky Baby. Das ziellose Rumtippen und der Grid verrät uns, dass er auch nach Hause telefonieren kann und wo Irving sein digitales Erbe wirklich verscharrt hat. Hätte Nick das alles allein hingekriegt? Natürlich hätte er. Bloß ohne seinen mitreisenden Zufallsgenerator wäre es vielleicht nicht so schnell gegangen. Wir nähern uns dem kleinen X, das Nick in einem Anflug von Nostalgie auf die Karte gekritzelt hat. Nach stundenlanger Wüste tauchen ein paar Weizenfelder auf. Jetzt über den Acker schlendern und mit der Hand sachte oben über Ehrenstreichen, die im Abendlicht glühen, wie in... Ja, in welchem Film war das nochmal? Wann ist diese Sache mit den Hollywood-Referenzen eigentlich außer Kontrolle geraten? Völlig peinlich. Das war es schon bei Remington Steele. Da hat Brosnan doch auch ständig irgendwelche alten Schinken zitiert. Warner Brothers 1928 und so. Brosnan, oh Mann, dieser Walzerbond, hat obendrein noch den schlechtesten Film aller Zeiten abgeliefert. Der Rasenmähermann. Nur zwei Worte. Virtual Reality. Was ist bloß in den 90ern in die Leute gefahren, dass sie unbedingt alle wie Geordi de la Forge aussehen wollten mit ihren VR-Brillen? Andererseits wäre es cool, wenn John uns mal eine Indigo von Silicon Graphics zum Sezieren rüberschieben würde. Noch eine Meile. Nick streckt sich und fährt sein System hoch. Das Nickerchen scheint ihm gut getan zu haben, denn er fängt sofort an, sinnloses Zeug zu faseln. Vielleicht ist es aber auch nur sein Fieber. Weißt du, worin die Zukunft liegt? In Plastik. Wir sollten in Plastik machen. Das hat Zukunft, nicht dieser Computerscheiß hier. Das gleiche ausgelutschte Zitat aus der Reifeprüfung. Doch, Dude, ich hab's erkannt, aber keine Lust mehr drauf einzugehen. Dafür haben wir das Thema schon zu häufig durchgekaut. Die Diskussion, dass der Glaube an einen guten Fortschritt völlig versiegt ist. In den 60ern war alles Neue automatisch gut, wie Plastik halt. Heute hat sich die Beweislast umgekehrt. Das Neue muss erst mal beweisen, dass es die Menschheit nicht durch irgendeinen Bug in die Steinzeit zurückbombt oder in grauen Schleim verwandelt. Alles gut und richtig, aber eben schon tausendmal durchgenudelt. Es ist Zeit, zur Sache zu kommen. Ich zeige wortlos auf die schwarze Linie am Horizont. Der Beifahrer lehnt sich nach vorne und nickt. Das könnte sie sein, die Allee aus dem Video. Dann taucht die Abzweigung zu Vaters Höhle auf. Seltsam. Obwohl es rechts abgeht, ist auch auf der linken Straßenseite eine große Ausbuchtung aus Schotter aufgeschüttet. So, als ob ein großes Fahrzeug zusätzlichen Rangierplatz braucht, um zum Punkt X abzubiegen.